jetzt baut schon ganz schön ja guten flug wie soll ich fliegen ohne jacke scheiße ich hatte die wahl zwischen zwei jacken im auto stund könnte schon ausgehen nur wir sind halt so lange oben solange es uns gemütlich ist wenn es da schattig wird und wenn das zu nahe kommt also wenn schattig wird da unten hört eh die thermik auf ja schauen wir was man nicht jetzt gegenüber der thermik die da ist immer relativ spät dran die wird gerade schwach probieren wir es trotzdem probieren wir es trotzdem guten flug die zwei zeigen uns die aufwände so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020